hallo und willkommen bei prepper fox in diesem paket habe ich wieder einen notvorrat von konserva de für 15 tage den habe ich vor einiger zeit bestellen und ich möchte dieses paket heute gemeinsam mit euch auspacken es ist auch noch eine spezielle sache da drinnen die möchte ich euch auch zeigen und ich werde mich heute auch wieder nur von konserva ernähren den ganzen tag mehr dazu nach dem intro bevor es mit dem video los geht muss ich wieder den hinweis geben dass sich das wort dauerwerbesendung bei diesem video einblenden muss das liegt nur daran dass ich mich persönlich absichern möchte ich habe dieses produkt für meine private krisenvorsorge bei konserva die e gekauft von meinem eigenen geld es gibt zwischen mir und der firma konserva keine vereinbarungen wie diese produktrezession auszusehen hat und ich habe auch keinen vertrag ich bekomme keine provision von der firma konserva auch wenn ich euch den shop unten in meiner video beschreibung verlinke wie gesagt das ist eben meine private krisenvorsorge und dafür habe ich dieses zeug auch gekauft die einblendung soll nur mich rechtlich schützen wer mich und meinen kanal kennt der wird wissen dass ich produkte von konserva de in meinem notvorrat habe ich habe auch schon einmal ein sieben tage probepaket von konserva die bekommen das habe ich in einem anderen video mal getestet und die sachen haben mir doch sehr gut geschmeckt ich hätte zwar geplant gehabt einen 90 tage vorrat zu kaufen bin jetzt aber dann doch beim 15 tage paket gelandet ich werde diese produkte weiter testen und ich habe mir auch ein spezielleres produkt bei konserva bestellt das mich sehr interessiert hat dazu komme ich später noch wir werden jetzt diese schachtel gemeinsam auspacken und wir schauen uns an was man hier so findet zumindest grob im überflug noch kurz zuvor die verpackung finde ich sehr gut also die schachtel ist sehr stabil sie ist mit kanten verstärkt und hat auch noch ein kunststoffband drüber gelegt damit hier nichts passiert also die schachtel hat absolut keine schäden und das gefällt mir schon mal gut beim öffnen der schachtel ist mir jetzt gleich etwas aufgefallen man findet hier die ganzen produkte die in der schachtel sind vorne auf der verpackung das heißt man könnte diese diesen zettel hier ausschneiden und sich dann auch ins regal legen wo man die nahrung lagert dann sieht man gleich immer was man hat und man könnte sogar die sachen ausstreichen die man schon verzehrt hat in der schachtel befindet sich natürlich ein lieferschein was ich mir bestellt habe als spezielle sache ist das energy 0 5 oder energy 5 0 das möchte ich unbedingt mal testen werde ich zwar heute nicht machen aber für einen späteren zeitpunkt habe ich mir das zugelegt das ist jetzt die spezielle sache die ich mitbestellt habe und das ist der conva 7 riegel den habe ich extra bestellt weil konserver dieses produkt vorschlägt damit man die vitamin versorgung auch sicherstellen kann wenn man sich längere zeit von diesen konserver dosen ernährt weil doch durch die verarbeitung von den vitaminen einiges verloren geht und mit diesem riegel oder mit diesen riegel könnte man das ausgleichen und den werde ich heute auf jeden fall kosten oben finden sich dann nur mehr zwei dosen das ist das hausbrot und noch einmal ein hausbrot also zwei dosen hausbrot die schachtel ist in etagen aufgebaut also man hatte einfach zwei etagen und die dosen sind hier wirklich sehr gut und sicher verpackt das muss ich sagen ist absolut top gehen wir kurz im überflug über die produkte drüber hier gibt es eine blumenkohl creme suppe es gibt rahm frikadellen es ist wieder schweineschmalz dabei das ist eine erdbeer konfitüre es gibt einen ungarischen gulaschsuppentopf ein saftiges schweinegulasch dann gibt es wieder rührei mit kartoffeln und speck die habe ich sogar in meinem letzten video schon mal probiert es gibt die curry frikadellen einen gouda in dosen thai chicken curry cremiger schokopudding das ist das ganz besonderes für mich noch ein chicken curry mit reis und ananas dann gibt es tortellini currywurst schweinegeschnetzeltes in champignonsauce mit nudeln gyros mit reis feinen milchreis den werde ich auch heute ausprobieren und eine rinderroulade mit kartoffeln das war soweit mit dem auspacken der produkte die meisten dosen waren mir bekannt weil ich ja schon einige sachen von konserver zu hause habe es sind aber durchaus ein paar gerichte dabei die ich noch nicht kannte und wo ich auch neugierig wäre wie sie schmecken aber diese dosen kommen jetzt wirklich in meinen notvorrat das heißt ich werde hier warten müssen ein paar jahre bis ich die sachen dann auch kosten kann oder bis zur nächsten krise im schlimmsten fall kommen wir zum heutigen konserver test tag wo ich mich nur von diesen produkten ernähren werde das hat beim letzten mal ganz gut funktioniert und so habe ich die möglichkeit doch ein paar produkte auch auszuprobieren diese produkte sind jetzt speziell noch aus meinem 7 tage vorrat den ich von konserver.de zur verfügung gestellt bekommen habe also da denke ich mir auch nichts dabei wenn ich die vorher schon teste und ich möchte wirklich einfach wissen ob die sachen auch schmecken die ich bei mir zu hause im keller stehen habe mein heutiges menü besteht eben aus diesem conva 7 energie riegel weil mich hier speziell interessiert wie die schmecken und ob das eine option ist für die versorgung mit vitaminen ich habe hier die geschmacksrichtung peanut gewählt weil ich erdnüsse und erdnussbutter und solche dinge mag also wird mir dieser regel wahrscheinlich auch schmecken da bin ich schon gespannt wie dieser schmeckt zum frühstück gibt es heute den milchreis da bin ich wirklich gespannt wie der schmeckt ich mag milchreis an und für sich schon aber aus der dose weiß ich es noch nicht das muss ich wirklich probieren als mittagessen hätte ich mir dann die lasagne gedacht die aus 100 prozent rindfleisch ist und am nachmittag gibt es dann noch eine jause mit gouda aus der dose auf einem landbrot das wäre mein heutiges menü fangen wir mit dem milchreis an und ich bin gespannt wie so etwas in der dose aussieht also besonders appetitlich sieht das jetzt nicht aus aber er riecht ziemlich gut die konsistenz ist wie man es von einem milchreis erwarten würde und es riecht sehr stark nach zimt das gefällt mir gut weil ich mag ziemlich sehr gerne diese dose milchreis hat 125 kilo kalorien auf 100 gramm das ist jetzt nicht extrem viel aber auch nicht zu wenig also für ein frühstück würde ich sagen ist das absolut ausreichend diese dose hier hat 400 gramm dann kosten wir das mal also die reiskörner sind noch bissfest der geschmack vom zimt ist jetzt weniger als der geruch also man schmeckt hier vom zimt nicht so wirklich viel ich würde vielleicht hier noch etwas mit zimt nachhelfen aber sonst ist der geschmack wirklich gut also der schmeckt wie ein normaler milchreis wie auch so im geschäft zu kaufen noch ein kurzer hinweis die braunen flecken hier auf dem deckel das ist kein rost oder kein schmutz der hier in der dose ist sondern das ist der zimt der sich hier etwas abgesetzt hat also das schaut vielleicht jetzt nicht ganz so gut aus aber das ist wie gesagt nur der zimt das ist kein problem ich habe jetzt diese dose fast aufgegessen und ich muss sagen dass mir das fast zu viel war also der sättigt extrem und für ein frühstück ist das mehr als ausreichend noch eine kurze sache zur dose mit dem milchreis ich habe bei youtube einige videos von konservadosen gesehen wo anscheinend nach dem verzehr der mahlzeit irgendwelche ränder oder rost oder sonst irgendetwas unten in der dose zu sehen waren das kann ich hier absolut nicht bestätigen also diese dose ist absolut in ordnung und das alter dieser dose ist jetzt ja circa ein jahr also hier habe ich kein problem dass hier irgendetwas in der dose problematisch wäre da es bei meinem letzten video zur konserver notnahrung doch etwas kritik gab in bezug auf das erwärmen der nahrung in der mikrowelle habe ich beschlossen heute die lasagne auf meinem camping gas kocher zu erwärmen ich werde dazu auch dieses geschirr verwenden dass ich bei wish mal gekauft habe und ich muss das jetzt auch erst reinigen weil ich das noch nie benutzt habe und solches geschirr sollte man immer gut sauber machen bevor man es zum ersten mal verwendet weil hier noch reste von der produktion vorhanden sein können und irgendwelche chemikalien und zum kochen der nahrung werde ich selbstverständlich nach draußen gehen so ich habe das geschirr jetzt abgewaschen das heißt das ist jetzt sauber und wir können uns kurz anschauen wie die lasagne in der dose aussieht also das sieht jetzt nicht sehr spektakulär aus es riecht sehr intensiv und ich werde das jetzt in das geschirr geben also das sieht jetzt einfach aus wie wenn man lasagne mal aufwärmen würde von der dose her kann ich wieder sagen kein problem mit irgendwelchen schwarzen stellen oder rost oder sonst irgendwelchen problemen innerhalb der dose und das gericht riecht auch wirklich sehr sehr gut bei der lasagne haben wir jetzt schon etwas mehr kalorien das sind 185 kilo kalorien auf 100 gramm die dose hat auch wieder 400 gramm und bevor ich die lasagne jetzt erwärme möchte ich das gericht unbedingt noch kalt ausprobieren weil konserva mir auch gesagt hat dass all die produkte die sie verkaufen auch kalt verzehrbar sind und wenn man keine möglichkeit hat in einer krise das gericht zu erwärmen dann sollte man das auch kalt essen können und vor allem bin ich gespannt wie das kalt schmeckt überraschend gut muss ich sagen also das ist das ist kalt auch wirklich gut trotzdem mache ich mir den rest jetzt war ich bin jetzt wieder zurück von draußen und ich musste das gericht jetzt etwas auskühlen lassen weil es sehr heiß war durch den gaskocher geht das absolut schnell auch obwohl ich wirklich versucht habe eine niedrige stufe einzustellen also mit einer geringeren flamme zu kochen das war auch gleich ein test dieser sehr billigen pfanne oder dieses kochtopfes aus china und das hat mich auch überrascht hier ist wirklich nichts angebrannt oder eingebrannt oder was auch immer man muss halt ständig etwas umrühren damit hier nichts passiert aber auch von diesem kochtopf bin ich beeindruckt und jetzt möchte ich das noch warm kosten warm ist die lasagne selbstverständlich noch etwas besser als kalt und ich muss jetzt wirklich zugeben dass dieses gericht momentan eigentlich mein favorit ist also das ist bis jetzt das beste gericht aus dem konserva produktkatalog und das schmeckt mir wirklich gut vom aussehen her muss man schon zugeben dass diese dosennahrung nicht jetzt unbedingt lecker aussieht das das stimmt schon aber wenn man den geruch dazu hat und jetzt wie hier auch noch einen guten geschmack dann ist so eine dosennahrung für mich eine absolut gute option in einer notsituation und das erwärmen über den gaskocher hat jetzt circa fünf minuten gedauert und ich glaube auch nicht dass ich wirklich viel gas verbraucht habe und so etwas warmes dann in den magen zu bekommen bei einer krise ist sicher eine gute sache das gericht lasse ich mir jetzt auch schmecken und wir sehen uns dann wieder am nachmittag mit der jause so ich habe jetzt noch etwas zeit bis zur nachmittagsjause habe aber trotzdem einen kleinen hunger oder besser gesagt lust auf etwas süßes daher versuche ich jetzt gleich den konvar 7 riegel in pinat also erdnuss geschmack diese riegel sind eben von konserva aus gedacht damit man vitaminmangel ausgleichen könnte der durch eine langzeit ernährung aus konserven entstehen würde wenn konserver die konserven haltbar macht dann gehen leider gewisse vitamine verloren durch diesen prozess also müsste man das über andere quellen zuführen und da wäre dieser riegel absolut ideal sagen sie zumindest es ist auch hier eine lange haltbarkeit auf dem produkt also dieser riegel wäre bis 31 8 2006 und 30 haltbar ich denke dass das auch eine ideale nahrung wäre für den bug out bag darum habe ich mir das auch bestellt es ist auch ein high energy bar also mit einer hohen kaloriendichte man hat hier 475 kilokalorien auf 100 gramm davon sind 19,4 gramm fett wobei 8,24 gramm gesättigte fettsäuren sind wir haben 67,6 gramm kohlehydrate davon sind 20,3 gramm zucker der zuckerwert ist in dem fall doch etwas höher aber in einer krisensituation oder wo man kurzfristig auch energie braucht ist das vielleicht gar nicht so schlecht man hat auch 7,1 prozent eiweiß das ist aus meiner sicht jetzt vielleicht etwas wenig weil eiweiß auch eine sättigende wirkung hat das wäre in einer notsituation oder in der krise wahrscheinlich auch gut wenn man von diesen dingen auch länger satt bleibt oder sich satt fühlt und dann ist noch eine kleine portion salz enthalten diese riegel diese packung hat hier 120 gramm und ich werde jetzt ausprobieren wie die schmecken die sache ist hier vakuum verpackt und auch hier hat man zwei riegel in einer extra verpackung noch drin das ist ähnlich wie bei diesen energy geschichten dass die immer noch extra verpackt sind also das ist hier eingeschweißt das ist natürlich gut weil das dann auch trocken bleiben würde so dass kunststoff der kunststoff hier ist sehr zäh da brauche ich wohl ein messer dazu so mit einem messer funktioniert das dann aber problemlos also der riegel riecht sehr sehr intensiv nach erdnüssen gefällt mir gut weil ich erdnüsse wirklich gerne mag und man kann ihn auch brechen also auch das teilen mit jemand anderen ist in diesem fall kein problem und jetzt schauen wir wie der schmeckt also vom beißen her der erste bis ist etwas hart geschmackstechnisch ist es auch hier so dass der geruch nach erdnüssen intensiver ist als der geschmack dann das ist auch eine etwas trockene geschichte wobei man spürt das fett zwischen den zähnen also der fettgehalt kommt hier durch das macht das dann doch etwas sämiger also unbedingt zu trinken brauche ich hier nichts dazu das geht auch so bei den energy regeln ist das ohne trinken sehr unangenehm zu essen das geht hier problemlos die süße ist auch in ordnung also ich mag wenn dinge nicht so süß sind und das ist hier wirklich der fall also diese regel sind eine gute sache kann ich glaube ich empfehlen preismäßig muss das sowieso jeder selber entscheiden sie sind jetzt nicht gerade billig aber wie gesagt die haltbarkeit bis 2036 gefällt mir gut die verpackung ist toll und auch für unterwegs oder wirklich für den notfall für eine flucht oder so etwas kann ich mir diesen riegel absolut vorstellen es wird jetzt zeit auch noch das letzte produkt auf meinem tagesplan für mein konservamenü auszuprobieren und das sind simple käsebrote und das ist mit dem landbrot aus der dose gemacht und dem gauder aus der dose auf den ich sehr gespannt bin und jetzt werde ich mir ein paar käsebrötchen machen und dann kosten das brot habe ich ja in einem anderen video schon einmal ausprobiert das war auch damals schon sehr gut muss ich sagen mit marmelade habe ich das beim letzten video ausprobiert und heute versuche ich es eben mit käse ich schneide es heute absichtlich auch etwas dünner wie beim letzten mal weil es doch nicht so saftig ist wie ein frisches brot aber es ist wirklich nicht schlecht und vom geschmack her auch sehr gut der käse ist sicher auch eine interessante sache ok da ist sowieso nur die halbe dose voll aber das sind 100 9 250 gramm und 344 kalorien auf 100 gramm ist auch recht ordentlich ich muss jetzt versuchen habe ich diesen käse hier aus der dose bekomme es ist gar nicht so einfach diesen käse hier aus der dose zu bekommen ich habe ihn geviertelt dann ist das relativ leicht gegangen und jetzt kann ich ihn auch bequem schneiden ich koste den käse jetzt gleich mal so also das schmeckt wie ein ganz normaler käse vom geschmack her gut würzig und auch nicht trocken so ich habe hier jetzt ein fertiges käsebrötchen mal schauen wie das schmeckt das ist nicht schlecht eventuell würde man dazu vielleicht ein wenig butter benötigen damit das nicht ganz so trocken ist aber es ist auch durchaus so essbar und vom geschmack her wirklich einwandfrei da kann ich gar nichts sagen ganz normales käsebrötchen wie man es auch so zu hause ist also auch mit dem dritten produkt oder mit den beiden produkten bin ich auch zufrieden das ist eine ganz gute sache und vor allem der käse in der dose ist eine wirklich coole geschichte weil er auch viel kalorien hat und in einer notsituation auch ordentlich kalorien liefert der preis dieser konservernahrung ist und bleibt immer wieder ein diskussionspunkt und ich verstehe wenn die leute sagen mir ist das zu teuer oder ich kann selber lebensmittel einkochen ich weiß wie man dinge haltbar macht oder ich will lieber reis oder nudeln oder normale konserven oder was auch immer verwenden jeder wie er glaubt für mich ist diese option eine gute mir ist der preis das auch wert weil ich eben hier die haltbarkeit habe ich habe den geschmack der für mich passt also bis jetzt habe ich noch nicht wirklich etwas schlechtes in diesem konserverpaketen gefunden daher werde ich das sicher für mich selbst nutzen in welcher größenordnung weiß ich jetzt noch nicht jetzt habe ich einen teil meines sieben tage vorrat ist und einen teil des 15 tage vorrat ist noch da das werde ich selbstverständlich für mich nutzen und vor allem den konvas 7 riegel werde ich mir noch mal kaufen oder ein paar verschiedene auch andere geschmacksrichtungen ausprobieren wie gesagt ich bleibe bei dieser option für mich und ob ihr da draußen das kauft oder nicht das ist eure sache und wir brauchen hier nicht zu diskutieren ich habe meine entscheidung getroffen mir schmeckt das für mich passt es punkt abschließend kann ich nur sagen dass mein heutiges menü sehr gut war also der milchreis war jetzt nicht schlecht vielleicht ein wenig zimt noch hinzu und das schmeckt wirklich perfekt die lasagne vom mittagessen war sehr sehr gut also da war ich absolut überrascht wie gut diese lasagne geschmeckt hat im warmen und im kalten zustand und auch der käse in der dose hat mich überrascht er ist auch sehr gut darum sehe ich konserver für mich immer noch als gute option also ich bin froh dass ich diese möglichkeit gefunden habe damit ich meinen notvorrat etwas aufbessern kann und von der haltbarkeit her finde ich das auch immer noch genial also dieser milchreis zum beispiel hätte bis 2030 das mindest haltbarkeitsdatum gehabt ich denke dass das vielleicht sogar noch einen etwas längeren zeitraum gehen würde als es jetzt aufgedruckt ist weil auch konserver wird wahrscheinlich schauen dass sie beim rechtlichen hier in einem sicheren bereich sind also ich gehe davon aus dass diese dosen auch länger halten als was hier auf der dose vermerkt ist grundsätzlich bin ich zufrieden wie gesagt mit dieser lösung und auch mit den dingen die ich heute probiert habe und der rest meines 15 tage vorrats kommt jetzt zu mir in den keller als meine notnahrung damit bin ich am ende dieses konservatest tages und ich werde jetzt noch dieses käsebrötchen aufessen und dann habe ich auch wirklich genug also ich bin satt die dosen werde ich jetzt dann noch in den keller räumen zu meinem vorrat und ich hoffe das video war für euch interessant und ihr habt einen kleinen eindruck bekommen was es bei konserver so gibt ihr könnt euch dort die dosen auch einzeln bestellen also wenn ihr irgendwelche bestimmten lebensmittel kosten wollt dann braucht ihr keinen 15 tage oder 90 tage vorrat zu kaufen sondern ihr könnt auch einzelne dosen bestellen und das war es dann im prinzip für heute ich hoffe ihr lasst mir einen daumen nach oben hier ihr könnt das video selbstverständlich auch gerne teilen bei facebook instagram wo auch immer und wenn ihr noch nie auf meinem kanal wart dann würde ich euch um ein abo bitten das war's für heute euer prepper fox